Wohin gehen Sie jetzt erst mal rüber und schauen. Einfach nur gucken und glücklich sein. Das ist endlich unsere Stunde. Die Stunde der Freiheit. Was würdest du, wenn du in meine Schuhe gehst? Was würdest du sagen? Kannst du fühle meine Schmerz? Was würdest du sehen, wenn du sahst, was ich sah? Was würdest du sagen, dass du die Schmerz? Was würdest du sehen, wenn du in meine Schmerz? Was würdest du sehen, wenn du in meine Schmerz? Was würdest du sehen, wenn du in meine Schmerz? Was würdest du sehen, wenn du in meine Schmerz immer das hast? Was würdest du haben, wenn du in die Schmerz? Was würdest du sehen, wenn du in die Schmerz? Ja. duel8 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020